Spielende? Wie Spielende? Was? Warum? Hallo? Warum hab ich gewonnen? Da fehlt doch noch einer, oder nicht? Hat der aufgegeben? Kann der... Hä? Nicht lustig? Wo ist mein Gold? Wo zur Hölle ist mein Gold? Wer hat mein Gold? Ich hab gedacht, der Berg wär's. Da drüben ist nix. Müsste ich hier nochmal gucken. Ihr seid übrigens auch durch. Schön. Vielen Dank für nix. Noch ein Berg weiter im Norden, okay. Ja... Eigentlich hat... Eigentlich hat... Eigentlich hat ein gewisser Felix ja überhaupt kein Interesse mehr bei einem Community Game mitzuspielen. Weil unter... Welcher Prämisse sollte ich da ja sagen? Hm? Er war ja auch der Meinung, never ever finde ich andere acht Spieler, andere acht neue Spieler für nen Community Game. Finde ich nicht. Er ist hundertprozentig dabei. Genau. Das kann weg. Das auch. Und hier hinten... Naja... Wie viel können wir denn jetzt angreifen? Ach... Mach das weg. Ich war auch mal U18, ja. Aber da... Hatte ich andere Dinge zu tun. Wie... Bei irgend so nem dummen Sack am Livestream zuzugucken. Das war noch mal ne gute Zeit, ne? Spielende? Wie... Spielende? Was? Warum? Hallo? Warum hab ich gewonnen? Da fehlt doch noch einer, oder nicht? Hat der aufgegeben? Kann der... Hä? Vor allem... Die... Der Gegner hat gewonnen? Sehe ich das richtig? Der Gegner hat gewonnen? Was muss ich jetzt mal sacken lassen? Das verstehe ich nicht. Warum habe ich das Spiel verloren? Nur noch das Hauptquartier von Grün steht. Okay. Ich werde... Die Siedler zwei dann nicht weiterspielen, wenn ich jetzt nicht auf die anderen Missionen komme. Sei denn, es hat mir einer den Cheat, weil nochmal spiele ich das nicht. Das ist ja... Hallo? Wie bekloppt ist denn das? Weiterspielen? Also... Überlegener kann man hier nicht gewinnen, ja? Ich hab' gar keinen Bock weiterzumachen, ganz ehrlich. Hm... Habe ich denn jetzt? Ich bin auf jeden Fall noch da hoch in den Töten, aber ich komme ja dann gar nicht in die nächste Mission. Gibt's Cheats in Siedler zwei? Gibt's Cheats? Es gibt bestimmt Cheats, oder? Kann mal jemand googeln und mir sagen, wie ich den Cheat-Modus A aktiviere und B die Mission gewinne? Das wäre nett. Okay, es gibt Cheats. Das ist mal richtig beschissen. Dann hättet er mich doch wenigstens gleich Game Over gehen lassen können, wo das Gebäude weg gewesen wäre. Mal davon abgesehen, dass es mir komplett scheißegal war, weil ich's nicht gebraucht hab. Und daher auch nicht mal verteidigt hab. Und daher auch nicht mal verteidigt hab. Ich werde jetzt noch kurz da hoch gehen und dem anderen sein Hauptquartier wegsprengen. Das ist mein Plan. Blöd nur, dass ich jetzt hier nix sehe. Mann, ärgert mich das jetzt. Ah, das ist so dämlich. Sorry, das ist richtig dämlich. Gib mal einfach so ohne Enter Winter ein und drücke F7. Ja, warte noch. Also das könnte dann der Sieg sein. Vielleicht Winter. Aber ich meine irgendwo gelesen haben, dass Winter in der History Edition nicht funktioniert. Sondern irgendwas anderes. Ich krieg dich. Na, warte. Ich krieg dich. Na, warte. Ganz geil wär, wenn ich hier denn jetzt da oben platt mach und dann trotzdem noch irgendwie gewinnen. Jetzt ist alles möglich. Ich könnte ja auch weiterspielen. Mit Umschalttaste gedrückt halten, Winter eingeben und dann F7 drücken. Sonst Thunder. Notfalls können wir da nochmal neu starten und direkt den Cheat eingeben. Winter oder Thunder. Gibt es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man Siedler 2 im Winter spielen kann? Mit Wintertextturm? Oder ist das Map abhängig? Keine Ahnung. Winter ist für die Version 1.51. Es gibt Wintermissionen. Fanta für Version 1.50. Aber was haben wir für eine Version hier? Ich dominiere die Karte komplett. Und das Spiel sagt mir... Nö. Nö. Boah. Das ist fast ein Highlight, oder? Für Twitch, da könnt ihr wieder was Lustiges draus schneiden hier. Flo, walte deines Amtes. Die Cheats funktionieren in daher eh nicht. Diversion. Genau. Also ich brauche den Cheat für die Gold Edition. Das ist nämlich baugleich mit der History Edition. Aber das werden mir... So viel Zeit muss sein. Ich will jetzt auf jeden Fall auch den Gegner killen. Sonst heißt... Das zählt nicht. Zu viel zu meiner Ehre. Das wäre echt cool, wenn wir mal hier oben ankommen würden irgendwann. Mann. Vor allem, weil da gerade stand, Mission beendet. Ich hätte jetzt ja fast einfach auf Beenden geklickt. Das wäre ja noch bescheuert gewesen. Und hätte nicht mal gerafft, warum ich dann auf der Weltkarte nichts anklicken kann. Oh Mann. Oh Mann. Highlight. Das Jahr ist noch jung, aber das ist schon mal ein Highlight. Ich kann da nicht draufklicken, Flo. Es tut mir leid. Dann gehe ich direkt mittig nach Norden. Versuche ich ja. Hier. Das müsste der richtige Weg sein. Alles andere ist hier nur Zeitvertreib. Aha, da. Angriff. Du kannst auch weg. Danke, Flo, für den interessanten Plot-Twist auf der Europa-Kampagne. Plot-Twist. So. Jetzt wäre Starnien. Starnien? Spanien wieder befriedet. Sie haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. Ja, kann ich auch richtig über speichern. Ändert ja auch nichts mehr. Und mein Militärgebäude hätte ich mir schenken können. Auch egal. Komme ich hier zu dem rüber? Alter, wie weit denn noch? Weil ich hier nur Baracken habe, ne? Wird er mich dann hier wahrscheinlich auch noch angreifen können. Ja, egal. Was kommt denn da für ein starker Gegner auf uns zu? Viel Lagerfeuermusik kommt auf uns zu. Da oben ist noch ein Berg. Nein. Wer hätte es gedacht? Okay, Felix. Viel Spaß. Weit bis nach Mordor. Zack. 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 Du kannst auch weg. Mein Gott. Bis ich da mal ankomme? Kein Gold. Oh, Elitekrieger. Schön weiter. Seine Maus war teuer. Wie meint denn ein 16-Jähriger sowas? Ehre genommen. Warum? Ja. Lalalala, freudiges Wegebauen. Was geht hier drüben? Geht es hier weiter voran? Ey, sag mal, was mich über die Interesse... Das bohrt immer noch, ne? Das ist natürlich abgerissen. Aha, und da geht auch keine Eselsucht mehr hin. Warum auch immer. Bug. Theoretisch könnte man hier... Das ist mir zu riskant. Lass stehen. Aber das kann doch nur bedeuten, weil hier nichts gebaut wird, dass ich irgendwo, auch dass die Baustelle nicht gebaut wurde, irgendwo wieder einen Warenstau habe. Hundertprozentig. Irgendwo hängt's. Irgendwo hängt's. Ich sehe nur leider nicht, wo. Oder die sagen, ey, alter, du hast verloren. Dann kann Bock mehr. Ich bin ja fast rechts rumschlendern. Du kannst ihn auch weg. Tschüss. Oh, da wird Gold zurückgetragen. Okay. Zack, zack, zack. Schön, schön, schön. Da wollen wir hin. Und hier, Landesgrenze und so. Oh, jetzt habe ich hier nicht mal Elite drin, oder wie. Tja, jetzt müssen wir mal mindestens eine Wachstube bauen. Beziehungsweise, wir bauen gar nichts, weil wir kommen nicht durch. Prima. Können wir hier noch eine versuchen? Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich. Abgrundtief, es hasst mich. Anders kann ich's mir nicht mehr erklären. Schietze, komm ich auch nicht durch. Ich muss jetzt an Monte denken. Und wer ist Monte? Monte. Deine neue Gaming-Maus. Alter. Das ist mir übrigens neu mit dem Headquarter. Warum? Wenn das so ist mit dem Hauptgebäude. Gut, das würdest du sagen. Was soll's sonst denn? Aber warum spielt man dann weiter? Warum kommt da nicht gleich eine Meldung? Ey, verkackt. Nochmal. So ist das einfach nur dämlich. Vor allem, weil es ja auch schon vier Stunden zurückliegt oder so. Gefühlt. Man, 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 man. Man, man, man. So, man darf jetzt nicht mehr Ehre genommen sagen, weil irgendein anderer YouTuber da ein Patent drauf hat. Verstehe. Tut mir leid. Ich kenn mich da nicht so aus in der Gaming-Szene. Alle Bergwerke sind im Arsch. Kleck, 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 keine Briefe. Gut. Mann, waren die Nachrichten wieder spannend. Was soll ich jetzt nicht? Ich komm da nicht rüber. Jetzt wird sich immer bescheuert, ey. In Return to the Roots ging das. Den größten Streamer Europas. Dann guck doch den größten Streamer Europas an. Wayne. Ach, Felix. Wenn ich 16 wäre, dann würde ich ihn bestimmt kennen. Zur Online-Casino-Szene? Dann ist er sympathisch. Danke, Flo. Danke, Ruxi. Danke, Ulf. Aber gut, es gab Internet, wo ich 16 war, aber man konnte es sich a, nicht wirklich leisten und b, war es, erst mal war es sehr teuer und auch sehr langsam. Wenn man damals gab es noch, hat man jetzt nur noch mit ISDN ins Internet gegangen. Mit 16 habe ich schon aktiv um Geld auf Turnieren an Return to the Roots gespielt. Aber das war dann mit 18 aber auch schon wieder vorbei, weil... Ja. Dann kamen die Frauen. Damn. Leben vorbei. Ey, war die ganze Aktion jetzt hier von Arsch? Ich komm... Ich komm... Ich muss doch... Mann. Ne, da komm ich auch nicht rüber. Lol. Müsste ich jetzt... Nicht durchdrehen. Schwomm, es ist eigentlich... Ich würde da oben im verkaufen. Los forecasting- Mann. Ich glaube, wir werden wiederlegte Schrez erfordern an. Das ist ein neuesweg. Ja, ich glaube, ich bin dran. Übrigens, apropos Unreal Tournament, da steht ja noch ein 1 gegen 1 gegen die Saftschubse. Hester, der ist Moor, aka Lucas, aus... Oh, ich freue mich. Wird natürlich auch gestreamt. Das wird lustig. Nein, eine Klatze habe ich nicht. Ich lasse sogar gerade wieder länger wachsen. Denn beruflich kann ich keine Käppi tragen. Da muss da schon alles passen. Gold! Na endlich. Ich brauche es nicht, aber ich baue es halt ab. Das ist wie ein Milliandär, der trotzdem noch mehr Geld haben will. Yippie! Yippie! Der gute Alle-Follow-Mard, ja. Kneff bestimmt eh. Könnt ihn ja mal... Ihr spielt ja immer mit dem Siedler 4, ne? Könnt ihn ja mal dran erinnern. Hat er bestimmt schon wieder vergessen. Nachdem wir ihn... ...in einer Minute 20 besiegt haben nach Peace Time. Muhahaha. Ah, schön. Glück hast du bestimmt wieder... Ja, 80 Sekunden wird nicht gehen. Aber lang wird es nicht dauern. Da wird bestimmt wieder so ein Spruch kommen wie... Ja, jetzt hast ja du das Spiel raussuchen dürfen. Jetzt bin ich dran. Bla, bla, bla. Das sage ich dann... Nö. Wird gut. Freue mich drauf. Doch. Freue mich drauf. Leute, warum dauert das so lange? Lass mich raten. Hier im Lager sind keine Baumaterialien. Hier tue ich sie schon gar nicht mehr einlagern. Dann sage ich jetzt... Raus damit. Und riskieren einen Riesenstein. Das hier ist echt super dämlich. Mein Gott, wie mir das den ganzen Bock hier genommen hat auf das Spiel, die Aktion. Da geht schon mal ein Weg durch. Prima. Prima. Ne, in meinem Headboard hat das gar nichts zu tun, weil das ist ja nichts anderes wie ein normales Lagerhaus. Wie gesagt, dass du Militär stationieren kannst, aber kein. Das Problem sind die langen Laufwege, ja. Und das Problem ist wahrscheinlich auch, dass Siedler 2 eigentlich für so eine Europakarte gar nicht gedacht ist. Und die KI einen Haufen Aussätze hat. Was mache ich denn jetzt hier mit diesem... Das müsste man doch schon ein bisschen entschlacken können. Ach, da stehen die paar Ritterchen. Hier müsste dementsprechend Militär drin sein. Oh ja. Oh ja. Komm schon. Da. Ich seh dich. Ich seh dich. Du guckst doch schon zu. Du. Ja, du. 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 Haben wir hier auch Militär drin? Puh, 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 puh. Die könnten wir eigentlich alle schon mal auslagern, ne? Weg mit euch. Ich brauche euch hier hinten nicht. Und ich brauche euch auch hier nicht. Wobei. Wobei, das ist ja schon... Das ist ja gar nicht mal so kacke. Ja, kacke. Und dann finde ich hier irgendwie... Was? So ein Weg. Und ja! Komm, können wir angreifen. Nein. Nein, wir nicht. Das macht meinen ganzen Zeitschnitt hier kaputt. Deswegen ist Rom auch draufgegangen. Ja, Argument. Und High Cube Core. Und stimmt, das ist schon höher. Wohnt, wohnt der Flo nicht irgendwo an der Nordsee? Irgendwo? Hier? So ein Halber verkappter Niederländer. Klingt doch kleiner ein bisschen Goldholz, ne? Hat abgenommen. Also ich glaube, hier oben wird das nichts mehr. Geht ein Goldner mit, prima. Das ist schön. Und wehe, das reicht jetzt hier nicht. Können wir irgendwas Vernünftiges angreifen? Nein. Ah, geil hier. Zack. Äh, hallo? Und ich baue schon mal proformermäßig den Turm, weil ich bin mir fast sicher, dass ich einen Turm habe. So. Einer. Ey, ich kann mein Haus sehen. Wo ist denn ein Haus? Ey. Geografie hatte ich immer nur eins. Bloß mit Flüssen habe ich es nicht so. Bringt doch mal ein bisschen Militär hoch. Vielleicht kommt schon. Nein, und ich will kein Sägewerk bauen. Aber ein Lagerhaus. Nein, ich will kein Sägewerk bauen, aber ein Lagerhaus. Wo wird denn hier gekämpft? Oh nein. Okay, das hätte auch schief gehen können. Bringt das Gold jetzt da rein? Warum kommt da nur T1 Militär hoch? Wollte es mal einer sagen? Weil ich meine ganzen T3er hier irgendwo vergraben habe. Ehrlich? Ich sollte das jetzt abreißen einfach. Und sage, hey, egal. Offensichtlich habe ich eh nicht genug Äxte. So, dann über Schweden. Finnland. Zum Sieg? Fragezeichen. Ach, Ulf, Schule ist schon so lange her. Was weiß ich denn noch von damals? Attacke. Wenn der jetzt da irgendwo ein verficktes Katapult hat. Ja, ich kriege ihn richtig Vollkrise. Und ja, ihr dürft hier oben Gold reintun. Jetzt geht man es aus. Hey, da ist die Base. Reicht eine? Reicht eine? Goldene? Ich meine, wenn du sagst, ich bin in Geografie schlecht. Wie schlecht ist dann der, der diese Map gebaut hat? Weil die ist sehr... Hm. Hm, na ja. Hm. Was so? Aber immerhin haben sie den Bodensee... Oh. Warte mal. Das wäre dann eher... Nee, das macht auch keinen Sinn. Auch, dass hier offen ist, macht keinen Sinn, ne? Hey. Da ist kein Bodensee. Was gehen hier ab? Er wehrt sich mit allem, was er hat. Der muss ich jetzt erst mal... Bring doch mal was Befördertes hoch. Ich werde dich jetzt töten. Und dabei nicht erröten. Und wie ihr seht, es passiert... Nichts! So, fürs Protokoll. Ich hab gewonnen. Fickt euch. Bluebytes. Danke. Okay. Dann, ähm... Schreibe ich doch jetzt mal mit Hochstelltaste... Winter. Was ist jetzt passiert? Und Fanta geht auch nicht. Geil. Habt ihr noch mehr Cheats? Oder geht das nicht mehr, weil ich verloren hab? F7. Winter. F7. Also Shift gedrückt lassen, ja? W-I-N-T-E-R. F7. F7. Thunder. F7. Warum eigentlich F7? Ach, ja. Was? Was? Und warum brennt die Maus? Egal, vor Freude. Ja, ich kann weiterspielen. Heißt das gewonnen? Heißt das X gewonnen? Ich kann aber nicht nach Amerika. Geil! Leute, ich... Das nenne ich mal... Plottwist. Okay, Leute. Jetzt habe ich wieder was zu feiern. Okay. 23.40 Uhr, das passt ja eigentlich. Nein, du hast Afrika, Grönheit und Nordasien freigeschalten. Der Rest folgt dann nach und nach. Ist mir egal. Hauptsache ich kann was anderes weiterspielen. Hauptsache es geht weiter. Gut. Du hast verloren, er gewonnen. Ja, also ich nehme es mal als gewonnen. In diesem Sinne, liebe Zocker-Loungers. Sonntag machen wir mit den Wikingern weiter in Siedler 4. Und nächste Woche gehe ich euch dann nicht auf den Sack. Spiele in Ruhe Siedler 2020. Und wenn mir irgendwie langweilig ist, dann mache ich auch die Siedler-News endlich fertig. Sonntag, äh, 14 Uhr Community Game. Wer es noch mal angucken will oder wer es noch nicht gesehen hat. Das war eigentlich auch ein ganz cooles Spiel. So. Mehr habe ich aber auch nicht zu sagen. In diesem Sinne, haut rein. Gute Nacht. Tschau. Tschau.